So, wir haben hier eine kleine Up-Action am Start. Es wird Zeit, dass ich endlich mein HTA ein bisschen auf Vordermann bringe. Da muss man sich auch mal was gönnen. Und jo, da könnt ihr jetzt zugucken, wie ich ein bisschen hier dran arbeite, ne? Du hältst jetzt die Fresse. So, es geht mir schon seit geraumer Zeit extrem auf dem Sack. Da, ne, ich glaub's jetzt nicht. Nein, jetzt hat's auf Anhieb geklappt. Alter, was für ein Lack, ey. Sollen wir uns eine weiße Perle besorgen? Ach, ich hätte drei gezahlt. Hm, ach nee. Das machen wir wann anders. Ähm. Noch kurz mit dem Buff ein. Und. Soll ich in die T gehen? Oder soll ich DT, SD2 oder runter walzen? Das macht Sinn. Hier noch ein bisschen leveln. Die Farben. Eigentlich hätte ich ein bisschen Bock. Äh, Farben geht nicht so viel. Gucken wir uns mal die Kräfte an. Ah. Forschung des Biologen. Das machen wir jetzt auch. Gehen wir noch eins ab. Und sechs Dinge abgeliefert. Ähm. Und danach war ich eigentlich fast für ein bisschen leveln. Weil, dann können wir auch 65er Waffen eigentlich einsetzen. Dann können wir uns mal PvP bisschen orientieren. An der Szene. Ne, die ganzen Sachen. Das sind Scherze. Boah, es ist dunkel. So, hier haben wir ab. Ja, perfekt. Und, haben wir genügend Pots dabei. Ne, haben wir nicht. Laden wir hier noch ein bisschen was ab. Machen wir nebenher einen kleinen Shop. Dann kann ich euch mal zeigen, was ich hier verkaufe. Ich glaube, ich verkaufe immer auf dem Form. Ja, Muscheln mache ich nicht mehr auf. Da kriege ich nichts raus. Ah. Ich denke, das bringt auf jeden Fall was, zumindest wenn ich irgendwo stehe und ich raisen muss. Ah, ich brauche noch einen 61er Helm. Ruhig hoch noch. Gucken wir erstmal noch eine Sägi. Hey, wahrscheinlich weiße Perl. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt reinkriegen. Ich werde jetzt hier nicht so einen großen Act schieben. Ah, nice. Wir sehen auf meinem Farm haben wir 26 Mio. Laden wir jetzt nochmal ein paar Sachen kurz zwischen bzw. ab. So, jetzt brauchen wir noch nicht, brauchen wir nicht. Auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was so ein magischer Samenwert ist. Zumindest mal ein bisschen mehr aufgeräumt. Weg. 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 ist drin so, jetzt mal gucken 12,5 ja, 50 Angriffswert hätte ich gerne ein bisschen TP absorbieren hätte ich auch gerne nicht MP, TP ja, das wäre ganz nice aber dafür mir die 1000k komm, lassen wir es mal so in dem aktuellen drin ja, der ist schon nice komm, geht da noch was ey, ich habe so keine weiße Teile ey, jetzt sind Sachen, die kann ich auch noch verkaufen ich habe auch einen Shop ein das ist ja gar nicht so viel wert ja jetzt zichten wir mal drauf so hm, hm, hm was kriegen wir denn da rein schönes 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ey, komm schon ich will jetzt hier nicht so ein kackes Picture-Video machen hm egal dann ähm ah, die wären nice gewesen auch nice kacke 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 gut, ähm dann komm ah ah, ich muss nochmal zurück komm jetzt schnell aber kurz den Schild dann ablagern kurz den Schild dann ablagern dann sollen wir einen Ring einsetzen ja, setzen wir ein, komm kaufen wir noch ein paar Pots müssen wir das hier noch optimieren kommen wir mal ein paar Sachen rein und schauen, was, was ich dann habe 10 Halbmenschen 5 Tipp richten aktuell 11 tpe absorbieren 10 durchbohren 10 durchbohren ich werde noch ein paar Sachen ne Narben wenn ich 65 bin um den Rotom Wald taschen troppen Sachen troppen Sachen troppen dann dt hochziehen Schade. Hm. Ich kann mich schon. und nur 5 durchbohren ich will 10 und zweieinhalb nein nein auch nicht nein 5 durchbohren nein 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 also 1500 nein und nein machen wir die hier noch fertig und dann schon mal weiter ich weiß, es gibt auch so ein Auto-Switch-Ding ich bin einfach so ein bisschen abergläubig und denke nachher übersehe ich es nicht für dich ein oder übersehe deinen guten Boni oder ich mach es einfach so von Hand und da sehe ich dann was ich habe war noch relativ konservativ was das Switchen angeht ja und ich habe ja auch Recht behalten ne habe ich alles rein? nein, damit nicht ich halbkopf noch ein paar Ports zum Gutes ah, ich versuche an FBs kurz auf mein Verkaufsaccount tun so so Pots brauchen wir noch ein paar so ein Auto-Pot-Ding die sind gut gut so passt 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 du die sagen? wir noch kurz warten oh die ist grad ganz hinten im roten Wald schauen wir erstmal so schauen wir erstmal so aber da gehe ich jetzt natürlich ungern hin ja, wenn die jetzt ganz hinten im roten Wald ist sollte ich auch erstmal nach ah ne, da muss ich den ganzen roten Wald laufen ich höre erstmal so ob ich ihn auch so pack ohne BUFF ich habe keinen Bock zum BUFF zu holen oh, ich sollte den BUFF eigentlich mitleveln auch nicht, wenn ich mein XP-Ring drin habe eine verzweigte Situation, die kaum verzweigter sein könnte ist echt ein bisschen stille Situation ach, morgen ist Silvester, ja? freu mich schon drauf das ist richtig gut ähm, jo das ist richtig gut hm, ich kann einen neuen Film empfehlen oh ich kann einen neuen Film empfehlen der heißt, ah, was heißt neu? ja, den habe ich halt jetzt erst gestern ähm, gestern war ich unterwegs beziehungsweise ich war halt abhängen ein bisschen chillen und dann sind wir noch also Kumpelfamilie wollte Euro-Lotto spielen und ja die Tanke bei uns hatte erst dazu sind wir auf die Autobahn 20 Kilometer weiter gefahren zur Tanke und zwischen 12 und und zwischen 12 und 1 Uhr nachts dürfen die nämlich nicht geht die Maschine nicht oder ist irgendwie eine Schwere drin und deshalb sind wir dann immer noch ein bisschen gewartet und da war irgendwie so ein kleines Raucher-Kino und dann dort geht's chill noch ein bisschen aber richtig chillig Wasukiller Wasukiller Jojo Alter, was liegt denn jetzt rum? Ist das so voll? Ist hier auch schon welche? Ne, hoffentlich mal nicht Und jetzt probieren wir mal aus Für Machen wir mal einen an Ah, Umhänge hab ich vergessen Fuck Machen wir mal einen an Ah, Umhänge hab ich vergessen Fuck Oh Sorry, ich war kurz weg. Drachenschuppenschild. Ja, nice. Die Umhänge habe ich vergessen. Super. Gestorben bin ich auch noch. Ja, das ist... Ah, fuck. Ich habe eben gesehen, ich habe nicht richtig Outer City angemacht. Auf den falschen Knopf gedrückt. Nee. Gut, dann wird die Folge halt etwas... ...verrauscht oder... Ja, Mann. Jackpot. Guck mal, ob ich es auch so pack. Ist ja noch ein Spaten. Ey, ich war jetzt zuerst. Farid Bang. Alter, ich habe es jetzt nicht versucht. Ich kriege gleich einen Rast. Ey, der war eben noch nicht da. Sein Buff hat eben ausgelockt. Ich hoffe, dass das jetzt auch sich verpisst. Ich hoffe, dass das jetzt auch sich verpisst. Ähm, denn es spart uns allen Unähmlichkeiten, dass sich eigentlich keinen zusätzlichen Wert legt. Ähm, ja. Also da sage ich mal ein Checkpot. Ich hoffe, dass der Buster hat mich jetzt nicht weiter belästigt. Kann ich den da reinhauen? Das kann ich nicht. Ich glaube, jetzt muss ich da nochmal einen Buff holen. Scheiße, wenn das jetzt gesehen hat. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. So gegangen. Es geht auch ohne, aber ich hole meinen Buff mal trotzdem, es erleichtert mir alles enorm, wenn mein Buff noch ein bisschen Hilfe leistet. Ich werde dir dann auch noch mit hochziehen, komm, einmal die Kammer ab, muss ich, darf ich die nicht mehr hergeben, das ist hier selbst. Ja, ordentlich. Also später haben wir es etwa 16, gut, dann kann ich gut noch ein bisschen Mittagessen hier schön, schön durchleveln. Fuck, der hat gar nicht so viel Geld bei. Ja, der Majo, der hat schon die Moneten bei, ja. Und dann werde ich auch mit einem 30er Meter Farm gehen, um FBs zu kriegen. Einfach ein bunter Part, ja. Ja. Fick dich du und so, naja, ich habe Spaß, was war das jetzt? Ja. 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 family. So, und jetzt geht es ab. Wenn ich in die Reiche, in die Spinn-Dungeon. Wenn ich mein Pferd verscheucht, ne, ist noch da. Das ist natürlich ein Glücksskript. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann läuft das schon, ja? Ich bin sicher, weil das mindestens so 66 oder so drin ist. Ja, ich lasse einfach mal durchlaufen, erzähle ein bisschen was dazu. Das ist bescheiden. Und den ziehe ich dann auch noch anschließend kurz hoch. Aber erst nach der Stunde. Kommet bei Viva. Also, Farid Killer. Jetzt muss ich auch bald da sein, ja? Der Buff ist nicht mehr weit. Ja. Ich schlag hier gar nicht mehr weiter. Ich schlag hier wieder nicht, oder? Das schlag hier. Jetzt prügel der noch ein bisschen. Ja, Mann. Heute gehe ich wieder Fitness. Ja. Ich habe halt etwas verkehrt die letzten Tage. Okay. Und ja. Und ja. Massephasemodul. Ja, du weißt nur was. Ja. Das verstehe ich nicht, dass da manche in diesen anderen Räumen leben. Vielleicht gibt es irgendwelche Tropfen, denen ich in den ganzen Jahren noch nie was gehört habe. Ja. Ja, das ist zwar seltsam, aber nicht auszuschließen. Dass manche Ziele deswegen leveln. Ah, hier gibt's Ebis und solche Faxen, ja? So. Endlich ist der Buff auch da. So. Jetzt kann gelevelt werden. Ein paar Umhänge rübergezogen. Ich habe noch mehr dabei, keine Sorge. Zu schnell ist hier nicht Schicht im Schacht. Und jetzt wird erst richtig attackiert. Schade, dass ich diesen anderen DMG-Ding nicht dabei habe. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo das ist, aber... ... Das war zu viel. Scheiße, ich hasse den Schluss. Und ich bin immer froh, weil ich sehe gut. ähm, dass es reicht und boah, das gibt XP also sollte es zumindest alter Stier ich finde ich habe relativ lange gebraucht um den Berg jetzt an Monstern zu bewältigen komm schon nein, nicht schon wieder was war denn jetzt wieder los SK, alter, nee kann ja eigentlich nicht sein das pisst mich eigentlich richtig an das heißt eigentlich, das pisst mich richtig an wenn ich hier trotz Tau draufgehe, das ist dann schon ärgerlich also Mentalo wohlgemerkt 833 da darf man nicht da und gehen oder ich sollte vielleicht nicht runter vom Pferd gehen ich bin noch neu gekommen also seien es sind so wenige da macht es dann nichts aus so jetzt hat eben 8% gegeben ganze Action 69 mal gucken wie viel das jetzt hier gibt ah, ich habe steigert na fast sagen wir 9% gibt es schon das heißt 10 sagen wir 12 mal 10 obwohl die sich nicht immer so mega groß wie gerade eben na wie viel das ist es gegeben da ist jetzt 5% vielleicht gegeben das muss natürlich auch Unterschiede machen ja ja und so ist das halt, ne jetzt müssten wir vielleicht kurz warten bis hier ein bisschen mehr wieder ist, ja bis hier s benefic Kohle ganz schön bis hier ein lieber Scholli, was hier wieder los ist, ja ich glaube, das wird jetzt heute schon ein größerer Part, der ich weiß nicht, ich mache noch einen Part, aber der Vorabschlusspart für ein gelungenes Jahr vor allem in den letzten zwei Monaten sind neue Höhen erklommen worden und das fasziniert mich besonders dass ich jetzt nochmal 11.000 Klicks jetzt gekommen bin im Dezember und der Dezember ist noch nicht ganz um ich schreibe heute erst den 30. Dezember und daher habe ich auch jede Menge neue Leute auch faszinieren konnte, begeistern konnte mit den Videos, freut mich sehr dass wir auf so einem guten Weg sind und ja ich denke, es reicht nicht ganz bis zu 64 reicht es? Ne wird es nicht da muss noch ein bisschen mehr her nein ah ja, piss dich, du Hurensohn das war ein Hurensohn wenn du jetzt Stress will das ist voller Stress mit Grundsatz, das rück ich einfach tierisch auf da coke ich Hurensohn masth Morning gegen die ganze Karten der der 一樣 Du kriegst natürlich hohen Blutdruck, wenn du sowas regelmäßig abkriegst, ne? Ah, SD3 ist natürlich auch eine Alternative, die ich dann ab 70 wahrnehmen möchte. Na, jetzt sehe ich, ich darf hier nichts zum Zufall überlassen. Ich glaube, morgen mache ich nochmal ein Mixtape oder sowas. Meistens mal nur so ein 1-Stunden-Part oder sowas. Du weißt, dass die wichtigste Regel ist, don't eat salad. Because your Bezeps don't grow. Oh, die schleunigst drüber. Bissi. So. Klopp, klopp, klopp. Die kloppen ja schon auch nicht. Also, wenn ich mal angucken, was der für ein Equip hat, hier so kloppen kann, ist nicht schlecht. Warte mal kurz, bis die Karte wieder voll wird. Brot��� offering. Okay. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen warten. Ja genau, ich muss dann noch mal werden, operieren, das nachdem être en calles sprechen. Nicht, dass ich wüsste. Feindliche Bastarde sehe ich gerade. Alter! Das sieht man halt nicht die Bohne an dem geht. Nein, ich geh nicht. Fucking Pole. Hurensohn. Ich geh nicht. Ich geh nicht, aber das kostet mich halt kostbare Zeit von einem Experian. Ich geh nicht. Ne, jetzt ist es nicht Bastarde, ey, wenn es... Ja, jetzt ist es nochmal solidar, ne? Ich dachte schon, die richtige Krise. Durch einen Bastard verblendet man nur unnötig Zeit. Einfach ein Faktum, dass ich so geschrieben gehörte. Einfach ein Faktum. Ja, wir haben inzwischen schon wieder, äh, fast die Hälfte erreicht. Ne, Pole hat sich verpisst, hoffentlich endgültig, ja. Auch so ein Raumgefick hab ich nicht sehr nervt dafür. Und auch kein Bock jetzt gerade. Das ist nämlich absolut wasted. Und ich versuch hier so schnell wie hoch zu leveln. Ich versuch hier nicht irgendwie Zeit mit irgendwelchen Faxen zu verbringen. Ich würd hier gern mal hier auf 105 Level auf diese machen. Boah, ich hab auch gerade richtig Bock bekommen, Böller zu kaufen. Echt, lass mir von diesem Bastard nicht sagen, dass ich den Nebenraum nicht auch pullen soll. Nehme ich natürlich auch. So, das ist ziemlich lame gewesen von Polen. Aber sieht gegen die Reichswehr, gegen die Wehrmacht, sorry. Sorry, Füßenverschmassen. Einfach keine Chance. Das haben schon andere auch festgestellt. Komm schon. Und... Alter. Das macht Laune. Und das gibt Järes. Der Pole. Wie lange bleibt das Ding denn liegen? Wie lange bleibt das Ding liegen, frag ich mich jetzt ernst. Geht ihr auf jeden Fall den Ring noch fertig leveln? Ja, das kann man nicht aufheben. Geht nicht. Geht einfach nicht. Ah, heute Mittag werde ich richtig sick trainieren gehen. Ich glaube, ich gehe draußen joggen. Übelst Bock gerade bei dem Top-Wetter. Ah, fuck, halt nur 3 Grad. Egal, scheiß drauf. A65 ist auf jeden Fall noch dran. Da ist auch noch 66 dran. Нап‼, ich gehe euch und erinnere mich darum halt an, Ich glaube, ich habe das geämmert. Also gibt es aber auch mal Hippe. Ich meine, ich sehe euch Four Corinthians, bei mir – oder 1947. Ich habe ja auch einollen Fall. Und da wäre ich das toddfläche so glaube ich. Und da wäre ich rester wichtig. Und dann wäre ich etwas anders. Und du dann werde ich mich etwas anders gewisse. So, ich schlag dich mit ner Breithantel tot, joh man, joh man, joh man, das ist Banger Musik, ja, das ist Banger Musik. Die Banger Musik, ja, man, die Banger Musik, ja, das ist Banger Musik, ja, das ist Banger Musik. So, das ist, dritte Viertel ist schon fast gefüllt, ja, das bestätige ich. So, 65 ist, ja, gute Nähe gerückt. Eine erreichbare Nähe gerückt am Resort. Um... So, das ist, dritte Viertel. Wunderbar, macht er hier die XP, wunderbar. Ich hoffe bloß nicht, dass es zu langatmig wird dann. Für den einen oder anderen Genießer. Nein, bitte jetzt nicht. Gut. Gut. Ich denke, es ist einer, der etwas Vernunft zeigt. Mag ja sein, dass mehrere Vernunft haben, aber sie geben es halt nicht zu. Was? Herr, wir können die Fahre fahrrad Dana. Ja, wir können die Fahre fahrrad da. Wir können die Fahre fahrraddbind. Das ist vor mir 65 geworden, das ist leicht verstörend. Wie gesagt, leicht verstörend ist das Ganze. So, es fehlt hier auch nicht mehr viel. Das ist 65. Ich meine, das war ein erfolgreicher Let's Play Part, also viel mehr kann man in einem Part kaum zeigen, würde ich meinen. 1 Bitte nicht. Oh, ich hasse es. Warum geht der manchmal da und man sich wahrscheinlich weiter gegiftet? Ich irgendjemanden gegifte, ich habe Gift. Doch gar kein Gift. Da hole ich jetzt erstmal noch mal einen guten Buff. Ich muss aber erst hier noch leerräumen. Weil das ist die Gefahr zu groß, dass hier mein Ding einfach abgerippt wird. Nicht absteigen ist die Devise. Komm schon! Alter, das ist schon wieder knapp. Obwohl es wieder zu knapp aus ist, aber gar nicht so. Ah, ich dachte eben, ey. Kann ja nicht wahr sein. Nicht absteigen. Nicht absteigen. Nicht absteigen. So, das kommt jetzt einfach nochmal alle mit. Ich denke mir immer, lass keinen anderen Hohenzohn hier rein. Und dann der Boss ist hier, Mike, ja. Ah, seht ihr mal, seht ihr mal, wie viel Geld Cash man da macht? Würde ich leveln hier ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Dann muss ich meinen Buff in eine Gruppe nehmen. Umgekehrt. Ja, der müsste ja eigentlich hier richtig in die Höhe sprießen, ne? Ja, ja, weil dann kann ich endlich heiraten. Das ist ja ganz chillig. Ah, dann kann ich nämlich mir solche Fakten, kann ich nämlich immer schön einen irgendwo stehen lassen. Aber dann sind Torten. Das ist echt richtig angenehm. Aber seht mal, wie viele Schilder ich getrocknet habe. Gar keins. Nicht wirklich eins, also. Und er grenzt zur Lächerlichkeit. Hm, wieso ziehen die mir so viel? Ah. 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 So. Möchte ich gerne sehen, wie viel die P das dann eigentlich gibt im Endeffekt. Mir ist natürlich auch klar, dass es für mich da nicht ganz so viel gibt. Aber das waren jetzt hier, glaube ich, 25% für die, oder mehr als 25%. Ah, komm, ich mach jetzt, ich mach, ich mach erst. Ach komm, ich kann den Parallel ja mitleveln. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Ah, guck mal, drüben noch mal eine Klappe in der Runde. Ah, das steht. Hier. Hier ein paar Prozent pushen, ja. Da名 tenant jetzt. Chüneyn? Ich. Ach. 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 So, so machen wir das. Ja, ein bisschen was habe ich getroppt noch, aber ich denke mal den Nice, der weiß eigentlich Yang, was den Wert annimmt, also, außer mit den Shields ist das natürlich auch wertvoll. Also das hier auf den Servers ist halt wertvoll, weil die Tropchancen relativ gering sind. So, so ... Ja man, ich glaube heute halte ich mich echt zurück im Lifestyle, weil ich möchte an Silvester gut drauf sein. Ordentlich bechern. So, er gibt einen Drachensplitter. Ich gehe doch auf, Mann. So. 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 Bitte haltest du dich, bitte haltest du dich. Extra den Tauern gemacht, extra den Tauern gemacht. So ein Ding ist dann gut zum finalen Schlag, also wenn man den versetzen möchte. So, ja ich denke mal, der Let's Playplatz, äh, Let's Playplatz, was sag ich mal, Let's Playplatz? Ich hab ihn schon gebraucht. Ich denke mal, der ist aussagekräftig genug. Und, ja, ja, warte wieder live dabei. Lass laufen. Okay. 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 Vielen Dank. Ah, Junge, nerv mich. 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 Ah, Junge. Ah, Junge. Ah, Junge, nerv mich. 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 Ah, Junge. Ah, Junge. Ah, Junge. Hey, was war denn jetzt los? Ich check das nicht. Was war los? Ah. Er wird schnell agressiv. Also leckende Shit zu Kraft. Also leckende Shit zu Kraft. Ich habe zuerst gespart. Nein. Nein. Das hat auch nur einmal geklappt, weil ich spaßig nicht nur einen Punkt drauf hatte. Ich hätte noch wunderbar leveln können, aber nein. Dann hätte ich alles zerstört. Es wäre lange 66 drin gewesen. Und der wäre level 50 gewesen. Aber ich lasse nicht locker. Lass jetzt bis der Spaß geht. Und da bis der Spaß geht. Boah, da kriegt man echt schon echt so einen Hals. Ich verabschiede mich jetzt von hier. Ich bin jetzt richtig am Kochen, das leckt auch an mir, jetzt ist auch der Zeit, der kommt nicht so ein bisschen herz und ich sage tschau, haut rein, wenn Sie sich hören, gutes neues Jahr, haut rein, gutes Starts Neujahr und tschau, bis dann.